An ihm kamen die Mainzer Wagenbauer im Brexit-Jahr nicht vorbei. Die Queen not amused über den Hofnarren Boris Johnson. Und es sind noch mehr politische Pappnasen am Start in Mainz. US-Präsident Trump fährt mittels twitternder Brandstifter. Und auch sie schaffte es auf einen Motivwagen, noch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in einer viel zu großen Merkel-Jacke. Trotz Regens, die Stimmung am Streckenrand in Mainz ausgelassen. Alle sind gut drauf, alle freuen sich und es macht einfach Spaß. Die Igel mögen das Fastnacht auf der Straße feiern am liebsten. Auch in Köln feiern die Jecken beim Rosenmontagszug auf den Straßen. Einer der ersten politischen Motivwagen, ein weinender Kölner Dom, im Gedenken an die Opfer von Hanau. Rein abwärts in Düsseldorf wird Rassismus als tödliche Waffe gezeigt. Bis Stunden vor dem Zug haben die Wagenbauer dort gearbeitet. Alles, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist, muss satirisch verwurstet werden, auch wenn es ernste Themen sind wie Hanau. Und ich hoffe, dass wir auch in diesem Jahr dem Anspruch wieder gerecht geworden sind. Rosenmontag im Regen. In den Karnevals- und Fasnachtshochburgen am Rhein feiern sie trotzdem Alaaf und Hillau. Räder des Pidels Und er ist aufliegisch weithelkふふfer. Räder des Pidels